Patchwork ist relativ einfach, solange eure Mealies auf deren Aggro aufpassen können. Im 10er reichen hierbei zwei Tanks und im 25er sind drei Tanks empfehlenswert. Bis auf seinen hasserfüllten Stoß, vermutlich unter Hateful Strike besser bekannt, und seiner Raserei bei 5%, gibt es hier nichts zu beachten. Damit der Hateful auf den zweiten und dritten Tank geht, müssen die drei ersten Plätze im Agrometer von ihnen belegt sein. Der Twist an dieser Sache ist allerdings, dass es nicht nur von der Aggro, sondern auch von euren Lebenspunkten abhängt, wer getroffen wird. Schaut also als Mealy vor dem Kampf, dass ihr weniger Gesundheit als eure Tanks habt und passt während des Kampfes wirklich auf, unter deren Aggro zu bleiben. Teilt nur noch eure Heiler auf die Tanks auf und schon liegt der Boss.